Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Adventure Adventures. In der letzten Folge habe ich die Höhle abgeschlossen und bin jetzt hier in dieser Wüste stehen geblieben und werde mir das Item holen. Zuerst muss ich den Wanderer besiegen. Ja, ich gehe auf jeden Fall mit dem schlafenden Pokémon zuerst rein. Aber ich ignoriere das Ganze einfach. Und lass mich besiegen. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt aufwache. Nein, tue ich nicht. Haffe ich einfach mal, dass ich in der nächsten Runde aufwache. Los, Kabuto, das schaffst du. Nein, ich schaff's nicht. Pfff. Kabuto, das schaffst du jetzt. Jetzt, komm komm. Ja, geht doch. Ich habe jetzt sehr viel gebracht. Geodude. Hm. Noch mal Absorber und ich habe gewonnen. Also gegen Geodude. Kleinstein, genau. Ach, jetzt hat Tropius noch. Noch den... Dings da. EP-Teiler. Ich hoffe mal Pikat... Schuh greift zuerst an. Yes. Und es reicht aus. Das ist nice. Nochmal Trussler. Hm, da geh ich schon auf Tropius. Komm. Und es reicht auch schon aus. Die M34. Ah, geschafft. Nice. Mann, diese Wege sind alle gleich verwirrend. Oh, hier ist es nicht so, dass man runterspringt, sondern... Was ist da oben? Was ist da oben? Da gehst du das sicher noch irgendwo lang. Ne. Was ist mit dem Spiel los? Es hat sich verändert. Ja. Hallo, du da. Äh. Das Drogen nehmen hat der Tyrannens Farbe geändert. Es ging von einem schönen Orange zu einem... Blau. Zu einem hellen Blau oder so. Ich wünsche ich könnte ihm helfen. Alles klar. Er will seinem Unterdrücker helfen. Tür ohne... Äh. Tür ohne Haus. Hallo. Hey, magst du es zu fischen? Hm. Du magst es nicht? Ja, vielleicht würde ich das hier inspirieren. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ja. Die Texturen sind kaum verwagt. Und da ist ein Pokémon-Markt. Aber erstmal gehe ich heilen. Yes. Und... Jetzt die Frage, ob ich die Pokémon, die ich nicht benutzen will, ablege. Aber ich glaube, ich behalte sie. Äh. Ich hätte niemals gedacht, dass das eines Tages passiert. Diese Leute kamen und... Und in... Also... Äh. Und gaben dem Tyrann Drogen und... Jetzt tut es ihnen weh. Diese Drogen... Äh. Wir rufen Mutation hervor und... Ja, okay. Hey, Kleiner. Sind... Seit mein Haus kaputt ist? Äh. Ja. Ja, komm. Ein Moment. Okay. 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 Also... Jetzt ist Zonywan interessiert, aber naja. Was ist das? Da ist wohl was mit den Texturen falsch gelaufen. Ah, das ist Tyrann-Pokémon. Ne, danke. Route 24? Was? Hier ist direkt der Fahrradladen. Sehr innovativ. Hallo, du. Äh. Okay. Du bist ein Fahrrad? Warum sind sie sich denn jetzt geben? Sag warum. Du bist auf einem... Abenteuer um clean? Okay, dann nimm das. Danke. Um clean zu gesegen. Ja, verarscht. Nein. Pokémon-Markt. Mal sehen, was die so haben. Hallo? Superdrank. Kannst du mal... 20 mitnehmen? Ja. 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 Okay. Schuss. Nehm ich auch mal ein paar. Pokéball. Keine Ahnung. Ein Stück. Schuss. Ah, ist ganz bald. Ähm. Jetzt ist die Frage. Was ich mache? Ich denke... Ich werde... Route 9. Hier geht's auch lang. Ah. Was sagt der? Okay. 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 Hm. Wer werde ich wohl zuerst? Okay nein. Ach, das ist Akani. Typ Eis. Das erinnert mich irgendwie an die Alola-Form. Zufall? Ich glaube, die haben's von hier geklaut. Ach, das hat trotzdem noch Feuer aushacken. Alles klar. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vom Sandstrom Schaden bekommen. Ja, toll. Mach ich mal Scratch. Vielleicht dieses Typ Feuer eis. Naja, ich lass mich überraschen. Wenn ich's überhaupt hinkriege, ist zu fallen. Na, zum Glück. Was? Ach so, war das gemeint. Ich hab gedacht, ich komm jetzt wieder zurück in das Menü. Aber anscheinend nicht. Ähm. Ich komm jetzt mal mit dem Pokéball. Mist. Mist. Ja, okay. War mir fast klar, aber... Kritiker-Hit. Ich werf mal jetzt noch nen Pokéball. Wenn's jetzt nichts wird, greife ich weiter an. Mist. Mist, 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 Mist. Aber ich bin sowieso tot. Aber ich bin sowieso tot. Yes. Ähm. Das ist ein Tweet. Das ist ein Tweet. Okay. Ähm. Ach, das ist ein Tweet. Der zeigt jetzt auch Wirkung, sag ich mal. Ähm. Fail. Pikachu vielleicht. nicht. Ich will nicht noch eins verlieren. Ich hab ja das erste besiegt, weil ich nicht wusste, dass man's fangen kann. Dann bin ich zumindest nicht auf die Idee gekommen, es zu fangen. Ich sag's mal so. Aber diese Stadt scheint gar nicht mit mir zu sein, der mir ein Pokémon schlägt. Oh, ein KP. Komm, ein KP, dafür musst du drin bleiben. Es gibt diesen Abmust so. War das fördert, ich bin jetzt hilf- was glücklich und wacke zu clues zu können. Oh, nehm, das war's mehr zu tun. Weil, er kann doch nicht nicht so hoch sein. Ihm. ich denke bevor ich zur arena gehe ich den weg da hoch genau das move pokémon pokémon tschüss tschüss naivy welchen typen hat das jetzt feier auf feuer wasser ok ok ich muss gerade niesen tut mir leid da werde ich jetzt wohl hier hochgehen ich durchschau das spiel langsam feurige alles bläber gut ich hätte noch kurz heilen auch wenn ich gerade eben nicht verliebt nötig gehalten habe dankeschön ich würde gerne noch da hochgehen ne nicht da hoch ok war kein text also dass kein text eingebaut wurde finde ich etwas schade es muss ja nicht sinnvolles sein aber immer den gleichen text zu nehmen ist schon langweilig ich könnte ich da mal angreifen die boden habe ich nix aber ich habe zu hoch hier aus das spielt auch egal Na ja Na ja Ach ja, stimmt, ich habe ja... Trapinch. Trapinch, Trapinch, was ist das nochmal? Ich weiß es nicht. Ach, wahrscheinlich ist es Raps... Achso, genau. Wahrscheinlich ist es das Radfratz, das Geräusch. Topsi. Ich habe ja Topsi gesagt, aber... Es ist anscheinend Rapsratz, das ist auch gut zu wissen. Na gut, jetzt zwei Wasser-Pokémon zu haben, ich weiß nicht. Ich meine, es ist Typ Feuer-Wasser. Es ist nicht ganz Typ Wasser, aber... Der kann nicht da drinnen bleiben. Ämbar natürlich. Ämbär... Ämbär? Okay. Drupies, Level 17. Nice. Topsien. ja ich würde sagen das war's mit der folge pokémon advanced adventures ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal